ich hab mir ein bisschen zeit zeit ich muss mein inneres chi finden jetzt kannst du starten ganz schön schnell gefunden alter ja ich brauchst du noch eine größere maschine größere maschine denn schiff auf dich wir getränkeautomaten ja das wäre cool dass wir warten ja ich will das dachte ich auch mir auch erst i don't want to do this hast du jetzt random genommen der hat random genommen du hast random tetsu nyan oh my god das war's mit dir alter tetsu 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 there is no way i can do this believe in yourself und hüpfen ihr wart schon alle tot punkt der stand fuck alter ich spiel nochmal den senyatta kyoto san tank na 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 soll ich reinhard picken mach doch die haben immer einen reinhard ich muss jetzt auch reinhard das kann ich stopptieren diesmal schafft man das glaub ich ha ich glaubste doch selber ne glaubst du nicht an die glaubst du wärst cool oder wasch mein diga ist rügelin geht nicht denn er ist eine maschine bumm tschakalaka in you so muss das sein hocklo arctic crow schaut uns jetzt zu hey so sieht das hallo arctic ich hoffe dir geht's gut und wenn nicht dann ist es echt dann hast du ein bild gehabt oder was wollte es jetzt sagen nein ich hab doch gesagt wenn nicht ist es scheiße ja hab ich nicht gehört ich wünsche auf meinen leuten nur das beste nicht so wie du wir müssen mal hören alter wie oft er euch hier wie hieß es ein gutes leben wünscht das ist schon richtig widerlich das ist alles putins schuld ja dass du nett geworden bist wir haben ne anna zurück zurück don't don't why da kommt nämlich ne rein er hat mich runter geschleudert ich bin echt so musste das sein es war schicksal ja es kann nur ein es war ein bombenschicksal wir müssen wieder nach kyoto folgt dem kyoto san ja ok kyoto und irgendwann findet er unseren channel und sagt sich so auch nicht die wixer schon ja diese ehrenlosen youtuber denken bestimmt sind lustig die kommen gleich von der ecke raus ich bin voll daneben sind noch zwei oh mein gott voll daneben bin halt durch kyoto wird dich retten wo ist der kerf ist unter dir oh nice das war ein geiler schwung so richtig mit eleganz wir haben es endlich nach kyoto geschafft der goldige hier ich sehe nichts was ist vor mir ich habe einfach einfach drauf danke arktik so vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss